Der Postcode Monatsgewinn im März geht nach 38444 CX Wolfsburg in Niedersachsen. Wir verteilen wieder 1,4 Millionen Euro, 700.000 Euro im Postcode und 700.000 Euro in der Postleitzahl. Automatikführer, hallo! Ich bin der deutsche Postleitzahl. Ich bin Felix. Hallo, Lukas. Kommt gerne noch raus. Wollen wir da mal reinschauen? Unbedingt. Unbedingt? Ja, dann zieh gerne mal. Wahnsinn. Es steht auf beiden Seiten das Reige drauf. Ach so. Wir sind vorbereitet. Okay, vielen Dank. Ich weiß gar nicht, was ich sagen sollte. Das ist nicht schlimm. Ja, durchatmen. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Hallo. Hier ist die deutsche Postleitzahl. Ich habe zwei Schecks und ich würde sagen, wir ziehen gleichzeitig. Ihr dürft schon mal die Hände rannehmen. Rückwärts von drei, zwei, eins und bitteschön. Wow. Wow. Ist das was? Das ist was, ja. Das ist ein neues Auto. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich wollte erst nicht, aber meine Frau hat mich überzeugt und dann haben wir das gemacht. Ich bin auch dabei geblieben, aber hat sich gelohnt. Dass ich mich bei euch angemeldet habe, war für mich die beste Entscheidung. Bisher. Außer natürlich meinen Mann zu heiraten. Das war natürlich noch besser. Nachbarn kauft euch Lose. Rennt hin, ja. Ganz klar. Also, dass ich mich bei der Deutschen Postgoldlotterie angemeldet habe, finde ich einfach unfassbar. Irgendwann, ich weiß nicht, 2. Februar wohl. Mitten in der Nacht dachte ich mir so, jetzt reicht. Social Media kam wieder Postgoldlotterie hoch. Dann habe ich gleich diesen Button gedrückt. Wurde dann gleich auf die Seite weitergeleitet. Habe dieses losgezogen. Und dann kamen die Nachrichten, jetzt drei Wochen später oder so. Völlig verrückt einfach. Und ich dachte, das ist zuerst ein Witz. Habe im Kundenservice angerufen. Die haben gesagt, nein, nein, Wolfsburg hat gewonnen. Und dann alles weiter hat sich entwickelt, ja.